moin leute und willkommen zu diesem video ja was soll ich groß sagen ich habe den anfang schon verpasst irgendwie und wir sind schon tag hier als anderen ist mit dem auto moment das zeige ich einmal dabei sind auch noch okay moment jetzt einmal kurz das auto zeigen hier die ganzen unterschriften ich will das mega cool hier ist meine unterschrift ganz so ganz klein und bescheiden hier vom Ali YouTuber im richtig großen wirst du ganz ganz klein aber es ist ja ist cool der ist noch heiß wir sind eben nämlich schon gefahren ja war neben Eis essen und so weiter das werdet ihr gleich im video sehen und ja ich wünsche euch viel Spaß und ja das war es eigentlich auch schon tschüss ja genau wir waren gerade bei Elika haben ein paar Würstchen und Kram gekauft und jetzt gehen wir gleich auf den Turm rauf bisschen grillen ja genau wir waren gerade bei Elika haben ein paar Würstchen und Kram gekauft und jetzt gehen wir gleich auf den Turm rauf bisschen grillen und chillen und guck mal wie die Sonne schon guck mal die Sonne geht runter sieht man das ist richtig romantisch das ist richtig cool wir wollen uns näher kommen ja genau nein wir haben auch coole Leute am Start hier hallo 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 und ja auf einen coolen Abend und sehen wir uns gleich so wir sind jetzt hier am Turm und die Sonne geht jetzt gerade unter das sieht so geil aus also das ist richtig richtig verrückt das ist ein geiler Ort hier am Vogeln hallo 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 schenkt mal die Turm an da gehen wir jetzt hoch guck mal das Vögel aus ja also eben letztes mal war hier ein Vogel und jetzt auf der Treppe müsst ihr ein bisschen aufpassen boah schon eng boah ha 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 boah sieht das geil aus boah gute Idee das ist ja der Hammer boah mit den Windmühlen da hinten da sind sogar Kühe richtig geil da ist auch eine Kante da kannst du raufklettern ha ha hier komm ja man boah da hinten sind die Lübecker Türme ich weiß nicht ob man das sieht da ja da sind wir super ja 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 da ja Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich werde nie wieder aufhören zu filmen. Ach, Mann! Oh, das sieht cool aus. Boah, hier vorne kommt nichts. Es sieht aus wie ein Mond. So, mit Grillen sind wir jetzt fertig. Und ich habe mir überlegt, dass ich den ganzen Menschen hier... Ein bisschen Roomtour würde ich sagen. Nein, eine... Innenstadt... Innenstadt... Rum... Rumreisetour. Du machst das in den Guide hier. Ich mach den Guide, genau. Und dann... Ja, genau. Unser Lautsprecher. Los geht's. Nein, wir wollen zum Holzentort. Das ist falsche Richtung. Ach so. Okay. Jetzt gibt es erstmal ein paar coole Auschwitte. Und ja, viel Spaß. Jona! Jona! Hey Jona! Jona! Komm her! Jona! Ich glaube, ich habe das im Auto vergessen. Jona! Jona, ich liebe dich! Jona, bitte! Ich vermisse dich! Ja, ich komm! Jona, ich gebe euch! Jona, ich liebe dich! Jona, ich liebe dich! Jona, ich liebe dich! So, der nächste Tag ist angebrochen, hier haben die alle gependet auf der Couch und wie waren die nach? Hat es euch gefallen? Ja, ich habe schon mal geschnarcht. Hat das denn gefilmt? Schade. Du hast doch eigentlich auch Simon gefilmt. Ja, der hat ja Simon schreit. Ja, cool. Ja, wir gehen jetzt gleich ein bisschen Eis essen und Mandy war es leider schon so. Tschüss. Tschüss. Und ja, mal gucken, was heute noch passiert. Wir wollten Wasser-Ski fahren und so weiter. Ich hoffe, das klappt, ja. Obwohl, ich glaube, das kommt erst im nächsten Video. Ich glaube, ich mache das dann so. Wir fahren morgen Wasser-Ski. Wir fahren morgen Wasser-Ski. Also wir fahren jetzt gleich Wasser-Ski, aber da hatten wir das morgen. Ich bin total durcheinander. Also was war schön, das alles, was wir gleich machen. Ihr seht einfach morgen im Video. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut unbedingt bei Race vorbei. Der hat, glaube ich, auch über den Abend ein Video gemacht. Das müsste ja... Ich glaube, der schneidet gerade noch. Warte mal, wir stellen ihn einfach kurz. Anton! Schneidest du? Ja. Okay. Das war's. Ciao.